Weißt du, ich kann auch den X-Groß machen und so, aber jetzt zehnte musste schon mal was machen. Leider. Ich fuhr ihn für ein Dingenspiel. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Unser roter Fotograf, der ein bisschen mit dem Pferdestand ist. Genau. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Bei Ehenmann haben Sie ja, der aus der Ersten ist, der Wedekind. Brafer, oder? Da ist die Frage, was wollen wir denn in der Ersten? Wer ist für die Stimme? Ja. Ah! Ah, hier! Hallo! Hallo! Haben wir dich verraten? Ah, ganz knapp, aber war auch nichts Spannendes zu sehen. Ist halt auch... Du bist 15, ne? 15, nicht 14. Fast 16 mittlerweile. In zwei Wochen. 26. oder 10er. In zwei Wochen. 26. oder 10er. Ja, weil ich wusste nicht sehr viel erzählen. Haben wir daheimkampf? Das stimmt. Haben wir daheimkampf? Ja. Ja. Das ist in zwei Wochen. Ja. Das sind die Ferien, oder? Ja. Genau. Ich bin sehr, ob der Typ nicht kackt ist. Nächste Woche eigentlich mein letzter Kampf erstmal für Bundesliga dieses Jahr. Aha. Weil ich eigentlich nur hinunterringen sollte. Ja. Ich denke nicht, dass sie mich noch brauchen danach. Manja, die steht, die steht. Auf! 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 Aber zu den Heimkampf sind gar nicht trotzdem. 15, ne? 15, ne? 15, ne? 15, ne? 15, ne? 15, ne? Applaus